Hallo und Willkommen zum neuen Video von Ungarninfo.de. Mein Name ist Udo Brandt und heute geht es um das Thema Vignetten in Ungarn 2023. Da sich dieses Jahr einiges geändert hat oder die Preise jetzt erhöht werden, haben wir euch einen Beitrag auf der Webseite gepostet, wo ihr die neuen Preise finden werdet. Dort seht ihr also alle Kategorien, einmal in Euro und einmal in Forend. Der Euro-Preis richtet sich natürlich auch jeweils immer nach dem jeweiligen Wechselkurs dann. Das soll es also erstmal wieder für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Gesundheit, bis zum nächsten Video.